Ich habe eine Konfession zu machen. Ich habe eine Konfession zu machen. Ich habe eine Konfession zu machen. Kinn ist ein Stück, was für und in Augmented Reality produziert wurde. Das heißt, wir sehen eigentlich durch die Kamera des iPads den Raum, den Realraum, und finden dann digitalen Content, in diesem Fall Avatare. Die machen kleine Bewegungen, man merkt, dass sie leben auf ihre Art und man ist als Zuschauer aufgefordert, diesen Raum zu explorieren, um die Avatare drum herum zu laufen, vielleicht auch sich zu nähern oder in Abstand mal zu beobachten, was passiert. Es gibt zum einen diese Ausweichbewegungen, die eine Reaktion sind auf die Annäherung des Betrachters. Dann gibt es zum Ende das Gegenteil, also der Avatar folgt der Kamera, der kommt fast unangenehm nah. Der Titel Kinn ist englisches Wort für Verwandtschaft und spielt eigentlich auf ein sogenanntes Cyborg-Manifesto von Donna Haraway an, die nämlich sagt, man sollte sich mit allen möglichen Lebewesen verwandt machen, auch mit Cyborgs und das Stück heißt Kinn-Unterstrich, um eigentlich auf diese gesamte Gender-Diskussion anzuspielen, nämlich dass man Raum hat für alle möglichen Ausprägungen von Identitäten. Ich inszeniere ein Stück und das zeichnen wir auf mit Motion Capturing System. Es gibt ungefähr anderthalb Meter, auf denen man sich bewegen kann und das funktioniert dann mittels Sensoren, die am Körper angebracht sind und die die Bewegungen in 3D-Darten umwandeln. Für das komplette Gesichtstracking muss man extra Aufzeichnungen machen, alle Sachen müssen zusammengesetzt werden und zum Schluss sehen wir drei Avatare, die so aussehen wie ich und das ist schon eine Sache, mit der man sich auseinandersetzen muss als Person auch. Also wenn es ein digitales Abbild gibt, wie möchte man, dass damit umgegangen wird? Und eine Sache ist auf jeden Fall dieses Uncanny Valley, der Effekt, dass je näher man an das reale Abbild drankommen möchte, desto gruseliger wird dieser Avatar zunächst wahrgenommen. Und erst wenn man dann wirklich sehr nah an einer sehr realen Darstellung ist, dann wird der Avatar wieder neu glaubhaft. Mit dieser Arbeit stellen wir uns schon auch die Frage, wie kann man mit den zeitgenössischen digitalen Medien umgehen, um die performativ zu verarbeiten? Und dann natürlich auch, wo ist die Identität verortet? Also ganz klar aus dem Tanz, würde ich sagen, in den Bewegungen, in der Bewegungsqualität, aber natürlich auch immer in der Oberfläche, in der Haut. Na klar. Also ich bin Tänzer, ich würde immer sagen, eine Live-Show ist toller als jede Art von Aufzeichnung, als jede Art von Animation. Aber ich glaube, es werden andere Tools gebraucht mit AR, also wirklich zu erforschen, wie schaffe ich es, für jemanden persönlich etwas zu machen durch die Reaktion der Avatare. Warum schaffe ich es, eine Immersion so zu kreieren, dass ich die Aufmerksamkeit des Users zum Stück ziehe. Wenn man das schafft, und ich glaube, da wird noch ganz viel Forschung nötig sein, aber wenn man das schafft, dann eröffnet das völlig neue Welten, um diese verschiedenen Realitäten miteinander zu verweben. Und das finde ich total spannend. Das finde ich, hat wirklich enormes Potenzial auch für den Tanz. Das Woahste lud sind sehr sehr wichtig, aber sc� officer. Dann able ich die Chaucer 리� onder وال Beispiele durchgeführt, da muss man Edison jedoch zur pioneerung, nicht dis完全 ab 접бedehmen. Da wow schon頂ig auf die Schule geht, keine Nieuージ Safe небes größer! Beide das gut findet alles! Bis den Tag im Herbert mal U,.V intact es, w?" Die faucolenントinnen, Düsseldorflohe sind満 후 Expressen und BienESSาง, dign sein ... ema F Um Sail policy zu aktivieren.